In Frankreich sollen im Laufe des Tages Verhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung beginnen, während das Land mit einem hängenden Parlament konfrontiert ist, nach dem überraschenden Anstieg des linken Blocks bei den Wahlen am Sonntag, der den Versuch der extremen Rechten, an die Macht zu kommen, blockierte. Das neue Volksfront der Linken wurde nach den Wahlen am Sonntag zur dominierenden Kraft in der Nationalversammlung, aber keine Gruppe hat allein die Mehrheit gewonnen, und es besteht die Möglichkeit, dass diese Front eine Minderheitsregierung bildet oder versucht, eine breitere Koalition aufzubauen. Die Wahlergebnisse waren ein großer Schlag für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und signalisieren eine Phase politischer Instabilität nur wenige Wochen bevor Paris' Gastgeber der Olympischen Spiele ist. Macron endete mit einem außerordentlich zersplitterten Parlament, das voraussichtlich die Rolle Frankreichs in der Europäischen Union und darüber hinaus schwächen und es für jeden schwierig machen wird, innenpolitische Agenden voranzutreiben. Die Linke gewann 182 Sitze im Parlament, Macrons zentristische Allianz 168 und das Rassemblement National von Marine Le Pen und ihre Verbündeten 143. Premierminister Gabriel Attal sagte, er werde seinen Rücktritt einreichen, aber es ist unklar, ob der Rücktritt sofort vom Präsidenten akzeptiert wird, angesichts der Aufgabe, eine Regierung zu bilden. Attal sagte jedoch, dass er bereit sei, als amtierender Premierminister zu bleiben. Unterdessen hat die neue Volksfront Gespräche darüber aufgenommen, wie sie nach dem Wahlergebnis vorgehen wird. Die Linke und die zentristische Allianz arbeiteten nach der ersten Wahlrunde zusammen und zogen ihre Kandidaten zurück, um Kräfte gegen die extreme Rechte zu bündeln. Marine Le Pen, die wahrscheinlich die Kandidatin ihrer Partei für die Präsidentschaftswahlen 2027 sein wird, sagte, dass der große Sieg des Rassemblement National nur ein wenig aufgeschoben sei.